Hallo, heute melde ich mich mal, weil ich euch eine Sache auf jeden Fall zeigen muss. Das ist diese Seite hier. Sie heißt moha.info und guckt euch einfach an, genießt es, es ist richtig lustig. Ich habe sie, naja, wie ich sie gefunden habe, verrate ich mal nicht. Der Link steht ja in der Beschreibung, falls ihr euch das auch mal angucken wollt. Und viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, ich finde es lustig. Viel Spaß damit!